Intelligenter Modus, am Beispiel des Samsung TV Neo QLED 4K QN95A. Der intelligente Modus des Neo QLED TV passt Ton und Bild automatisch an die jeweiligen Raumverhältnisse, die Raumhelligkeit und die Umgebungsgeräusche an. Drücke die Home-Taste auf der Smart Remote und wähle Einstellungen. Rufe jetzt den Menüpunkt Allgemein auf. Hier findest du die Einstellungen des intelligenten Modus. Du hast die Möglichkeit, alle vier Optimierungen auf einmal zu aktivieren oder du wählst nur einzelne aus. Adaptives Bild passt das Bild an das Umgebungslicht an. So wird das Bild tagsüber automatisch heller und abends dunkler. Aktiver Sprachverstärker sorgt dafür, dass, sollten Störgeräusche im Raum auftreten, die Lautstärke automatisch angepasst wird. Hierbei wird nicht die Gesamtlautstärke des TVs erhöht, sondern insbesondere die Sprachfrequenzen. Dialoge lassen sich so trotz lauter Umgebungsgeräusche weiterhin gut verstehen. Adaptiver Ton Plus steht für raumoptimierten Sound. Ganz egal, ob der TV sich an der Wand oder auf einem Lowboard befindet, der Ton wird dementsprechend angepasst. Die Funktion Adaptive Lautstärke lernt aus deinen Nutzungsgewohnheiten und verringert so zum Beispiel automatisch am Abend die Lautstärke des Fernsehers. Schau dir auch unsere anderen Hilfe-Videos an.